Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch mal mein Galantin Prime Build zeigen und wir legen mal direkt los. Vorweg, für diesen Build wird komplett kein einziger Format benötigt und es ist auch mehr oder weniger ein Fun Build. Es ist kein High Damage Build, wie man es sonst kennt, sondern wirklich mehr ein Fun Build. Aber wenn ihr ihn ausprobiert habt, werdet ihr feststellen, der bringt wirklich Spaß. Wie ihr auch sehen könnt, sind noch 4 Punkte frei. Das kommt dadurch, dass ich Prime Fury und Prime Reach noch nicht auf Maximum gemacht habe. Aber da würden genau diese 4 Punkte noch landen. So, dann fangen wir mal an. Wir haben als Stance Tempo Royal. Damit geht's los. Dann haben wir plus 60% Critical Shanks. Dann als nächstes plus 90% Critical Damage. Dann haben wir plus 30% Attack Speed, maximal 75% bei jedem kritischen Treffer für 24 Sekunden. Um ein bisschen Korrosivschaden zu bekommen, haben wir einmal Electricity und Toxin Damage mit drin. Plus 60% Electricity, plus 60% Status Shanks. Und dann dementsprechend plus 60% Toxin, plus 60% Status Shanks. Dann haben wir Primed Reach, derzeit mit plus 135% Reichweite. Wie gesagt, da könnte man noch 2 reinmachen. Und dann haben wir Prime Fury mit plus 45% Attack Speed. Wie gesagt, auch da können noch 2 reingemacht werden. Wir haben die Punkte über, um die beiden noch auf maximal zu bringen. Und als guten letzten Mod haben wir plus 165% Milli Damage, was uns am Ende zu 315,1 Slash bringt. Impact von 10,9, Puncture 10,9 und Korrosivschaden 524,4. Wie gesagt, das Ganze ist kein High-End Damage Build, sondern mehr oder weniger ein Fun Build. Aber wenn ihr ihn selber ausprobiert, werdet ihr feststellen, warum ich das sage. Ansonsten gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Bild aussieht oder was ihr an dem vielleicht noch hier ändern würdet. Und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like bzw. auch ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also bis dann erstmal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020